Hate Speech im Sinne der hier verwendeten Definition ist generell gesehen weder strafbar noch straflos. Es gibt keinen eigenständigen strafrechtlichen Tatbestand für Hate Speech. Aber das Verhalten, das wir als Hate Speech beschreiben, kann verschiedene Straftatbestände erfüllen, auch gleichzeitig. Am nächsten kommt einer Strafnorm gegen Hate Speech, der Artikel 261b des Strafgesetzbuches. Der Artikel beschreibt das Delikt Diskriminierung und Aufruf zu Hass. Er beruht auf einem internationalen Übereinkommen von 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Erfasst werden hier unterschiedliche Verhaltensweisen wie zum Beispiel öffentlich zu Hass oder Diskriminierung aufrufen oder öffentliches Herabsetzen oder Diskriminieren in einer gegen die Menschenwürde verstoßene Weise. Dieses Verhalten kann gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen gerichtet sein und dies aufgrund ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder seit 2020 auch ihrer sexuellen Orientierung. Pustet jemand auf Facebook, alle Lesben sind psychisch krank oder hängt jemand ein Schild vor einer Bar auf mit Muslime haben hier keinen Zutritt, dann ist dieser Straftatbestand erfüllt. Die jeweils für die Aussage verantwortliche Person hat eine Straftat begangen und kann und sollte dafür strafrechtlich verfolgt werden. Damit ist aber Hate Speech in unserem Verständnis nicht umfassend abgedeckt. Bestimmte Diskriminierungsmerkmale werden von Artikel 261 bis des Strafgesetzbuches nicht erfasst. Zum Beispiel die Geschlechtsidentität, das Alter, die Herkunft, der Lebensstil oder auch der soziale Status. Nicht strafbar nach Artikel 261 bis wäre es also zum Beispiel, wenn jemand auf Facebook postet, alle Frauen sind Schlampen, weil das Merkmal Geschlecht eben nicht von dieser Vorschrift erfasst ist. 2014 entschied ein Gericht, dass die Beschimpfung eines Asylsuchenden als Drecksasylant nicht nach Artikel 261 bis strafbar sei. Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass unter dem Begriff des Asylanten ganz unterschiedliche Personengruppen fallen würden, sodass der Bezug zu einer bestimmten Rasse, Ethnie oder Religion nicht gegeben sei. Dieses Urteil zeigt die engen Grenzen des Straftatbestandes in Bezug auf seinen Schutzbereich. Abgesehen davon ist der Begriff Rasse sowieso als kritisch zu sehen, da ein wissenschaftlicher Nachweis für ein biologisches Kriterium Rasse nicht existiert. Form von Hate Speech können aber auch nach anderen Gesetzen strafbar sein. Postet zum Beispiel jemand auf dem Facebook-Profil einer Rollstuhlfahrerin, ihr gehört erschossen, dann ist das strafbar als Beschimpfung nach Artikel 177 des Strafgesetzbuches, weil hier die Ehre des Opfers verletzt ist. Allerdings greifen die strafrechtlichen Ehrverletzungsdelikte nur dann, wenn das Opfer persönlich und klar identifizierbar ist. Wenn jemand zum Beispiel in sozialen Medien schreibt, alle Lesben sind psychisch krank, dann ist das Opfer nicht im Sinne dieser Norm identifizierbar und eine Strafbarkeit wegen eines Ehrverletzungsdelikts scheidet aus. Aber, Sie erinnern sich, die Strafbarkeit dieses Satzes nach Artikel 261 bis des Strafgesetzbuches bleibt bestehen. Hate Speech kann auch als Drohung oder Nötigung strafbar sein. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn jemand über das Internet bedroht wird, man werde ihn kalt machen, wenn er sich weiterhin für Flüchtlinge einsetze. Wir sehen also, einige Handlungen aus dem Bereich des Hate Speech sind strafbar, andere nicht. Zu entscheiden und unterscheiden, welche Verhaltensweisen durch welchen Gesetzesartikel erfasst werden und welche nicht, kann zuweilen kompliziert sein. In der kriminalpolitischen Diskussion wird zurzeit gefordert, Artikel 261 bis umzuformulieren, sodass weitere soziale Gruppen miterfasst werden. Gefordert wird eine allgemeine Strafnorm gegen Hassreden oder ähnliche diskriminierende Handlungen aufgrund von Religion, Ethnie, Herkunft, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Lebensstil, Behinderung und sozialen Status. Die Einführung einer solchen umfassenden Strafnorm gegen Hate Speech ist herausfordernd. Zum einen muss sie sich in die Systematik des Strafrechts einordnen lassen. Eine Hürde ist hierbei die zumindest bisher noch fehlende eindeutige Definition. Zum anderen steht Hate Speech im Spannungsfeld zum hoch angesehenen Recht auf freie Meinungsäußerung, das allerdings dort endet, wo die Rechte anderer verletzt werden.